ARD Text im Auftrag des ZDF Und tot, und tot! Machen wir hier, zack! Au! Du kriegst was auf die Fresse! Tralala! Tralala! So, ich mach ja mal das Tor auf, wie sieht denn jetzt da unten die Gegner? Geh dann oben in das Tor rein, geh dann wieder nach unten, naja, wie auch immer. Geister! Ähm! 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 So, da unten ist der andere Schlüssel... Ach ne, die kann ich jetzt erstmal hier so in Nahkampf besiegen. Dich auch! So! Komm, explodier! Ja, Watsch! Hm, die snacken! Die snacken mich auf! Au! So! Ah, das war doof! Ah, nein! Das hätte ich nicht machen sollen! Das hätte ich nicht machen sollen! Gegner! Ah, ich habe mal! Ah! So! Dumme Gegner! Ja, oh, nerv nicht! Noch mehr Gegner! Ah, zu viele Gegner! Stopp! Ah ja, jetzt bin ich eigentlich schon mit der ersten Ebene eigentlich fertig. Jetzt kann ich mir noch ein paar Diamanten holen. Ah, das dumme Gegner. So, welcher ist denn der größte? Der ist klein. Nehme ich aber trotzdem, falls es nur kleine gibt. Der ist schon größer. Der ist glaube ich gleich groß, aber ich glaube ich nehme dann lieber lilanen nochmal mit. Ne, ne, nein! Ne, ich will ihn erstmal weg von der Tür haben, weil sonst gebe ich nämlich unnötig drei Energie aus, wenn ich nämlich auszusehen dann dagegen klicke. Jetzt wieder klein. Der ist glaube ich gleich groß, oder? Ja. Gut, dann nehme ich lilanen mit. Und wo der natürlich... Irgendwie ist der auch... Hm, ne. Und wo du mal den Schlüssel... Choré! Ne, ne? Und wo du mal den Schlüssel... Und wo du mal den Schlüssel... Und wo du mal den Schlüssel... Nein, ich will keine Gruppen einladen. Warum auch? Das war wieder doof. Na, sterbt das Viech auch nochmal? Ja. Aha, daneben gesnackt. Ach, hier mach ich das lieber so. Und so. Na, so. Nein, so. Nein, so! Boom. Na, da bin ich wohl schon so stark, dass die Teile gar nicht mehr zum Schießen kommen. Kann ich noch so einen linken... Ne, kann ich nicht. Abliegen. Au! Au! Oh, geil. Energie-Tank. Dann nehme ich gleich mal vier. Da hinten waren nur noch welche. Oder? Ne, da war was anderes. Schade. Schade. Mach das mal auf. Äh, mach das mal. Mach die geht erstmal kaputt, so wie man sie eigentlich nicht kaputt machen sollte. Einfach ran stürmen und Nahkampf voll bashen. Aber egal. 25 Kronen. Hier könnte man sich jetzt wieder ein bisschen, ne, Ausrüstung ändern, aber das habe ich jetzt nicht vor. Rums! Ach, ne, Waffe muss noch behalten werden. Da haben wir die mal so fertig gemacht, diese Viecher. Ach, das war wieder sowas von unklug. Das auch. Aber das war leider nicht vermeidbar, weil ich zu nah an so ein Teil stand. So, das sind zumindest alle Gegner tot hier. Das kann ich... Na? So, dann mache ich mal hier. Und da. Da oben sieht man da schon eine Aussage. Das ist jetzt eigentlich nur so eine kleine Fun-Ebene mehr mit Gegnern, aber hier kann man eher mehr abgreifen als Gegner besiegen. In Urwerk wird es immer mal wieder solche Fun-Ebenen geben, die so wirklich so hell, bunt und wo man eben sehr viel Wärme auch abgreifen kann, findet. Aber wie gesagt, wir kommen da erst später hin. Oder nicht mal in dieser Folge, sag ich mal so. Weil die werde ich nach diesem, nach dieser Mission nämlich beenden. Also die jetzige Spiele-Session von mir, das war wieder doof. Manchmal setzt der Sound einfach aus. Das ist auch nicht schön. Huch, nein. Du wirst mich nicht verglibbern. Knapp drücken, dann müsste genau die hintere Tür aufgehen. Und da drin ist. Vielen Dank.